Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Endlich gibt es mal wieder einen coolen Ausflugsfilm, denn ich nehme euch mit in die Entenlochklamm oder auch Andenloch wie man da sagt und es handelt sich um ein kleines Durchbruchstal des Leukentals im bayerisch-tirolischen Grenzgebiet zwischen Kössen und Ettenhausen bei Schlesching. Viel Spaß beim heutigen Film. Ich hatte gerade von der Entenlochklamm gesprochen. In Österreich sagt man aber beispielsweise auch Klobensteinschlucht, ganz einfach, weil diese Route direkt am Klobenstein liegt. Ja und es handelt sich hierbei um einen ehemaligen Schmugglerweg. Also dieser Weg ist schon seit über 2000 Jahren bekannt und war früher eine wichtige Handelsroute zwischen dem Norden und dem Süden, weil man ja irgendwie die Alpen überqueren musste. Und bereits die Kelten waren es damals, die damals Kupfer und Bronze transportiert hatten und später wurde das Ganze dann für Wein und Salz genutzt. Und der Name Schmugglerweg kommt einfach daher, dass nach dem Zweiten Weltkrieg diese Route genutzt wurde, um eben Zigaretten oder Kaffee und andere wichtige Sachen über die Grenzen zu schmuggeln. Am Anfang des Films war eine kleine Kirche zu sehen. Dabei handelt es sich um Maria Klobenstein. Und um diese Schlucht gibt es eine ganz coole Saga. Und zwar war damals eine Bäuerin unterwegs, die war gerade ihre Felder am Bestellen. Und dann kam es zu einem Murenabgang. Also Murenabgang heißt, dass sich viel Geroll, Geschütt und sowas von einem Berg gelöst hat, der dann runtergerutscht ist, quasi wie eine Schneelawine, nur halt aus Steinen und Erde. Und es waren auch große Felsbrocken dabei. Und einer dieser großen Felsbrocken rollte auf die Bäuerin zu und teilte sich kurz vor ihr in zwei Stücke. Und diese zwei Stücke sind halt ebenfalls noch vor dieser Kirche Maria Klobenstein zu sehen. Wer den kompletten Schmugglerweg gehen möchte, der beginnt am besten bei der Teufelsstiege. Diese ewig lange Treppe besteht aus 96 Stufen. Und von dort aus geht es dann über einen Waldweg, über verschiedene Höhen und Tiefen, immer weiter bis hierhin zu dieser Schlucht. Wir haben es uns etwas bequemer gemacht. Wir sind direkt nach Kössen gefahren. Haben dort auf dem, ich glaube, Bärenparkplatz, hieß der, geparkt. Und von dort aus hat man ungefähr, ja vielleicht fünf Minuten gebraucht, dann war man schon bei dieser Kirche Maria Klobenstein. Und von dort aus sind wir dann einfach diesen Rundweg gelaufen. Dieser Rundweg hatte eine Länge von ungefähr so 4 bis 4,5 Kilometern. Und dadurch, dass wir gemütlich gegangen sind, haben wir fast zwei Stunden gebraucht. Wir haben aber auch zwischendurch immer wieder kleine Spots besucht, wie hier diese Aussichtsplattform. Das war eine von zwei Aussichtsplattformen. Ja, und wenn man da oben steht, da hat man natürlich eine richtig bärige Aussicht. Und ihr seht hier unten den Fluss in diesem richtig schönen Smaragdgrün. Es ist einfach eine unheimlich schöne Aussicht. Ja, und wenn man da oben steht, dann möchte man das einfach genießen und nicht hin und her wetzen. Was ich auch sehr interessant finde, ist halt der Fluss unten am Strand, was wir vorhin im Video gesehen haben. Man kann natürlich auch in das Wasser hineingehen. Aber gerade mit kleinen Kindern sollte man aufpassen. Man sieht es leider immer wieder. Dann werden die Kinder mit Schwimmflügeln ausgestattet und einfach auf den Fluss losgelassen. Ja, und gerade in der Mitte dieses Flusses ist eine unheimlich starke Strömung. Also das Kind ist innerhalb weniger Sekunden so weit entfernt, dass man es mit normalen menschlichen Kräften einfach nicht mehr einholen kann. Also bitte Vorsicht. Und das ist ein Fluss, der auch genutzt wird von Kajakfahrern. Das heißt, es gibt da wilde Passagen. Das ist also nicht zu unterschätzen, auch wenn es aussieht wie so ein kleiner Gebirgsfach. Der hat es auf jeden Fall in sich. Wo wir aber gerade beim Thema Kinder sind. Ich persönlich finde, dass dieser komplette Rundweg sehr familienfreundlich ist. Wir waren damals den Schmugglerweg, also den kompletten Schmugglerweg gegangen, als unser Jüngster vielleicht vier oder höchstens fünf Jahre alt war. Natürlich ist es anstrengend für die Kinder wie auch für die Eltern, weil es immer wieder rauf geht, dann geht es wieder runter. Jede Menge Treppen sind zu bewältigen. Bei den Hängebrücken ist es halt so, dass sich da manche Kinder verfürchten oder auch manche Erwachsene. Es ist einfach so, vor allen Dingen, wenn man in der Mitte von den Brücken steht und es gehen außen dann irgendwelche anderen Personen auf die Brücke, dann schaukelt es ein wenig. Es ist jetzt nicht so zu vergleichen, dass man das Gefühl hat, man steht auf einem Trampolin, aber man merkt halt schon die Schwingungen der Brücke. Und dem einen oder anderen wird da etwas mulmig zumute. Ansonsten ist es aber ein unheimlich schöner Weg, der auch Kinder zu begeistern weiß, weil es sehr viele schöne Eindrücke zu gewinnen gibt. Also man sieht unheimlich viele interessante Felsformationen. Natürlich hat man immer wieder einen schönen Blick auf den Fluss unten. Das ist natürlich unheimlich schön anzuschauen. Dann die Natur an sich, die ganzen Bäume, die dort stehen. Man kann den Kindern wirklich sehr viele verschiedene Arten von Bäumen zeigen, weil es ein sehr schöner Mischwald ist mit Fichten, Kiefern, Buchen, Eiche, alles mögliche steht da. Verschiedene Fahnen sind dort zu sehen. Und ja, ich finde gerade für Kinder ist es halt unheimlich interessant. Außerdem finde ich, dass der Weg, ja ich sag mal, relativ kindersicher ist. Also natürlich gibt es auf den Seiten immer wieder Abhänge, wo es natürlich gefährlich ist, wenn man da drunter stürzt. Aber wir haben auch schon Klammen gesehen, wie zum Beispiel die Almbachklamm, die da halt schon meiner Meinung nach doch deutlich gefährlicher war als wie jetzt das hier. Denn man sieht es jetzt gerade hier wieder. Der Weg ist eigentlich recht gut abgesichert. Man sollte die Kinder natürlich trotzdem an der Hand halten, wenn es möglich ist. Mit einem Kinderwagen würde ich den Weg jetzt nicht unbedingt gehen wollen. Eben, wie gesagt, wegen den ganzen Treppen und alles. Das ist also mühselig, aber mit einer normalen Kackse sollte es eigentlich kein Problem sein. Aber auch für die Erwachsenen ist es natürlich eine unheimlich lehrreiche Tour, weil man sieht immer wieder so Schilder, wo halt über die Entstehungsgeschichte dieser Schlucht berichtet wird. Und ich habe es jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber aus dem Kopf heraus würde ich sagen, es war damals so, dass sich ein riesiger Gletscher von dem Urösterreich aus auf den Weg gemacht hat in Deutschland rein. Und der ist bis zum Chiemsee gegangen, beziehungsweise aus diesem Restgletscher ist halt dann der Chiemsee entstanden. Und man muss sich das einmal vorstellen, also das sind Luftlinie von dort aus, bestimmt um die 40 Kilometer. Man kann sich also vorstellen, was für ein gewaltiger Gletscher da damals unterwegs gewesen sein muss, der sich da durch das Land gefräst hat. Ja und die Tiefe der Schlucht, die ist dann natürlich im Nachhinein entstanden, weil dort, wo Wasser in Bewegung ist, da wird halt der Bodengrund immer mehr weggegraben und die Schlucht frisst sich quasi immer weiter in den Grund hinein. Ja und ihr merkt es bereits an meiner euphorischen Erzählweise, diese Tour ist einfach schön. Man geht raus in die Natur, man kann einfach komplett herunterfahren, einfach die Natur genießen. Es ist einfach richtig, richtig schön und man sollte so oft wie es nur irgendwie möglich ist, raus in die Natur gehen, weil das ist der einzige Weg, wo man wirklich einmal alles um sich herum vergessen kann. Natürlich ist es mit der Familie aber ein unglaublich schöner Ausflug, auch wenn man einfach nur mal einen Ausflug machen möchte. Damit kommen wir zum Ende des heutigen Films. Es war ein kurzer Film, ich hoffe er hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.